So Okay okay Genau Stimmt alles soweit Okay So today Dann wollen wir weiter spielen Level 8 von Doom's Way It Dead und dann haben wir das Finale Level von Episode 2 von Doom's Way It Dead. Ja, das vorige Level war wirklich Rage. Oh! Oh! Die Gedärme! Ach nee, das sollte ein Tarkin darstellen. Lol, ich dachte mal, das sind Gedärme. Ha! You've done it! The Reduce, Cyberdemon, Lord, that will the last Demon, Deimos? Deimos? Moon, ach so, ist ein Name. Deimos Moon. Äh, Beers have been slain and you are triumphed. But, there are, äh, where are you? Also, wo bist du? Äh, you glimmer to the edge of the moon and look down to see the Earth's photos. Deimos Flats above Hell itself. Was? Deimos Flats above Hell itself? Hä? Deimos Boden above Hell itself? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. You've never heard of anyone escaping from Hell, but you've taken the bastards so they ever heard of you. Quickly, you wap. Is the waple there? The surface of Hell. Waple? Waple? Klettern, oder was? Keine Ahnung. Now it's on the final chapter of Doom. Inferno. Inferno. So, what's the next episode? No, 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 no. I'm not sure how to do it. 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 Haben wir jetzt hier gerade irgendwas kaputt gemacht? Hä? Also hier im Ladescreen sehen wir hier das Bild. Ich müsste also in einer Map starten. Aber wenn ich den Speicherstand öffne, kommen wir zu dem Screen. Haben wir jetzt, ist das hier gar kein Level, sondern einfach nur praktisch ein Level, in dem ein Endscreen gezeigt wird? Oder wie? Oder wer? Oder was? Oder warum? Oder weshalb? Ich versuche mich nochmal in die Map reinzubieben. Change Map Episode 2 Map 8 Was? Was schau ich nicht auf eine Scheiße. Change Map. Ach, lege ich doch am Arsch. Ne, ne. Change Map E2 M8 Ja, so. Voila. Das sollte es sein. Jetzt speichern. Speichern wir mal und Lani Kacke Ja, wow. Wow. Ist das jetzt ein Bug, oder? Äh, hehehe. Okay. Ich meine, wow. Also, wow. Also, wow. Ich weiß, wie, wow. Können wir das hier von der Map gar nicht mehr laden? Was will der bedeuten? Warte mal kurz. Wir haben 90 Gegner. Ja, eben. Das heißt, egal wo. Soweit ich mich verspeichere. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich möchte mal hier. Ja. Wir können in der Map also nicht laden. Okay. Heißt also im Klartext, ich mache one try und entweder das first first try oder es wird halt gar nichts. Was ist das denn jetzt? Vor allem, vor allem, why? Warum? Was? Was ist da passiert? Oha. Okay. Okay, der Cools. Ich klicke einfach mal alles an. Achso, sind die Sequels. Ah, ja doch, sind die Sequels. Okay. Ah, ein bisschen Rüstung. Kann nicht schaden. Alter, wie? Ey, das muss man hier erschillen wie, weiß nicht, wie eine Zwiebel. Ah, okay. Faaaaaar. 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 Was? Wodan? Hä? Oh nein. Okay. Das Problem ist, sobald wir ihn erledigt haben, verlassen wir scheinbar auch die Map wieder. Also, wir müssen ganz schön alles klar aufladen, auffüllen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich hab verkackt. Okay, also, jetzt wissen wir es auf jeden Fall, wir haben es geschafft, ne? Also, ja, ich werde mich jetzt, wow, das ist, wow, das ist, wow, das ist, wow, das ist, wow, change map, change map. Change map, wir haben es geschafft, halt also, wie es geht jetzt auf zur dritten Episode. ... oder? Wuhuuu! Ähm, diese Scheiße hat er immer dann gleich sofort. Verstehe ich nicht. So, das müsst ihr auch erstmal kurz... Dankeschön! Perfekt! So! So! Na gut, okay, das ist dann fürs nächste Mal. Okay! Ich würde aber gerne mal wissen, ob das jetzt... ich... ich guck mal ganz kurz was. Ich guck mal ganz kurz, ob das jetzt bei jedem so ist? Ob das jetzt an einer neuen GZ-Version... Ne, ist ja die alte GZ-Version. Ne, warte... warte, 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 warte... ja also an der neuen gz-version kann es gar nicht liegen weil es ist immer noch die alte version ist der let's play hier da kann ich ja noch gar nicht über neue spielen wir gehen einfach mal zu 1 m8 speichern mal jetzt irgendwas und laden hier klappt es es ist also wirklich ein fehler in direkt in der map selber ja ich sag den fehler in der red selber ist ja interessant 0 ist ja mal richtig interessant und erst mal hier wieder du kannst er weg genau ist ja interessant hatte ich noch nicht erlebt so war das wird jetzt vorbei guck mal noch mal was man weiß dass ihr nicht das war ich suspekt weil ich es so gar kein fehler der sowas hervorrufen kann also wie mit gestaltungstechnischen fehler weil der fehler musste in der mädchen kennen ach so ja danke der fehler muss in der quasi in der maps sein oder direkt in in dem als sollte ist und wenn der fehler jetzt hier auch auftritt ja okay hat also nicht mit der map zu tun sondern bisher wieder gibt es mit herren oder zum 2 mit interno die haupt worte von 2 das die moment effekt ist ja richtig vorstellt wenn er da ist irgendwas weg geht es nicht und effekt egal so viel auf dem fall zu der kurzen kacke von ja und jetzt kommt als nächstes denn da fahren wir damit du bist aber geschafft sind wir also bei 3 1 und als nächstes kommt dann frieden wobei es würde mittlerweile auch recht hart geworden ist also frieden ist ja hoffentlich wenn wir uns jetzt bei den nächsten vier maps nicht die zehn ausbeißen mal schauen hoffentlich kommt nicht ohne sich mit dazu schauen wir drauf